Juhu! Tanzt mal zu mir rüber und gebt mir eure funky flinke Flosse drauf! Seid ihr hungrig? Denn es wird Zeit zu Kuri zu schwimmen. Wir zaubern ein paar Meerjungfrauenleckereien. Oho, also auf einen leckeren Snack hab ich doch immer Lust. Los geht's! Hey Kuri! Gabi, Pandi, ihr seid Meerjungfrauen! Ja, wir sind hungrige Meerjungfrauen. Hungrige Meerjungfrauen sind mir am liebsten. Wer ist bereit für eine... Meerjungfrauenleckerei! Das sieht snacktastisch aus! Schnappt euch eine Reiswaffe, ich zeige euch, wie man diesen Snack zubereitet. Könnte Radkatz vielleicht ein bisschen bei euch mitsnacken? Bitte schön, Radkatz. Du darfst natürlich auch mitmachen. Danke, Kuri. Okay, als erstes bestreicht ihr eure Reiswaffe mit ganz viel Sonnenblumenbutter. Sonnenblumenbutter, Sonnenblumenbutter, mit einem Wisch und einem Wusch und einem Wischiwusch. Sonnenblumenbutter, Sonnenblumenbutter, mit einem Wisch und einem Wusch und einem Wischiwusch. Deine Reiswaffe soll komplett bedeckt sein, Radkatz. Oh, alles klar. Swish, swish, swish. Und jetzt kommen die Erdbeerkätzchenohren. Boop, boop. Die Rosinen helfen uns beim niedlichen Gesicht. Zwei Augen, boop, boop, eine Nase und ein fröhliches Rosinenlächeln. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Meine sieht sehr fröhlich aus. Ach ja. Als nächstes braucht die Meerjungfrau ein paar Bananenschuppen. Banane drauf, Banane drauf. Banane, 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 Banane. Banane drauf, Banane drauf. Mit Banane, 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 Banane. Okay. Und für den letzten Schliff wird das Apfelstücken eine Flosse und das Salzstangen werden Schnorrhaare. Cool. Grüne Äpfel sind mein zweitliebster grüner Snack. Was ist dein liebster Snack? Saure Gurken natürlich. Boop, 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 boop. Tada. Mh, meine Meerjungfrau sieht wirklich zum Anbeißen aus. Meine ist auch bereit, um in meinem Bauch zu schwimmen. Schimmernde Schuppen. Es wird schon Zeit für den letzten Programmpunkt. Mit den Meerjungfrauen schwimmen? Ja. Folgt uns bitte. Na kommt. Danke für den Snack, Kuri. Na gerne doch. Bestellt den Meerjungfrauen schöne Grüße. Oh, seht doch. Nächster Halt, die Meerjungfrauenbucht. Juhu. Willkommen in der Meerjungfrauenbucht. Aber wo sind denn die Meerjungfrauen? Oh, sie sind hier. Wir müssen sie einfach nur rufen. Und wie machen wir das? Na, mit unserem Meerjungfrauenhorn. Sagt Bescheid, wenn ihr die Meerjungfrauen seht. Da ist eine blaue Meerjungfrau. Oh, da ist eine in pink. Und eine gelbe. Und eine in grün. Sie glitzern und strahlen in schönen Farben. Gabi, Handi. Wie schön, dass ihr endlich bei uns seid. Kommt, schwib mit uns. Oh, dürfen wir? Ihr seid doch jetzt Meerjungfrauen. Es wird Zeit, das Leben im Wasser zu erkunden. Folgt uns einfach. Das ist fantastisch. Ich bin der Nächste. Wollt ihr auch sehen, wo die Meerjungfrauen spielen? Dann kommt. Und... Untertitelung des ZDF, 2020